So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich, zack, 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 ist zur Zeit zu viele Aufgaben, eliminiere einen Spieler, während du schwimmst. Wie machen wir das Ganze halt? Am besten würde ich empfehlen, entweder Gruppenkeile oder im Solo-Modus halt wirklich bis zum Ende der Runde bleiben. Also im Bus sitzen bleiben und dann einfach hoffen, dass halt ein Gegner mit euch in der Runde ist, aber AFK ist. Und so habt ihr natürlich die Chance, ihn dann zu pickaxen. So könnt ihr auch gleichzeitig dann die Pickaxe-Aufgabe machen, falls ihr die dann schon habt. Jetzt suche ich natürlich hier wieder vergebensnahen Gegner. Das ist halt immer so jetzt eine Glücksaufnahme, wenn man hier einen Gegner findet, der gerade zufällig am Strand rumrennt. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich einen an den Vorräten, aber hat auch nicht so ganz funktioniert. Wo haben wir denn einmal hier rumsturren? Ah, Mann, Mann, wenn du mal Gegner brauchst, sind keine da. Ja, die kämpfen alle da oben rum. Da jetzt einen zufällig zu... Natürlich habe ich kein Glück. Na gut, mit dem Bogen brauchst du eigentlich gar nicht probieren. Das Problem ist auch, dass Anvisieren unter Wasser ist eine Katastrophe. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ja, ihr seht schon, da ist meine Schattenkrieger-Aufgabe. Aber hier ist aber auch keiner in Reichweite, ne? Ich hoffe, ihr habt es besser hingekriegt als ich jetzt, weil ihr seht, hier klappt gerade gar nichts. Es wird natürlich wieder so... Ah, da hinten habe ich die Chance. Achtung. Nein, nicht wer... Zack. Ach, Bob, der Baumeister und seine Freunde. Komm. Boah, ist das dein Ernst? Wir spielen Gruppenkeil, mein Freund. Es ist dein Ernst. Och Gott, im Himmel. Aber stellt euch einfach vor, ich habe den Kill gemacht. Oh, er schwitzt so rein, gell? Er schwitzt so rein. Das ist unglaublich. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Ich werde mich jetzt noch ransetzen. Will natürlich auch das Video nicht zu lange in die Flänge ziehen. Und werde natürlich meinen Kill noch probieren. Ich werde ihn, klar, hinkriegen. Aber so jetzt auf Kommando, mach jetzt den Kill, damit die Aufgabe jetzt gelöst ist. Ist natürlich auch nicht so einfach, wie ihr euch denken könnt. So, dann würde ich sagen, euch auch viel Glück beim Versuch, einen aus dem Wasser zu töten. Und haut rein.